Das Bundeskabinett hat eine Anpassung der Hartz-IV-Sätze beschlossen. Vom Januar an werden die meisten Bezieher der Grundsicherung 3 Euro mehr bekommen. Für Kinder bis 13 Jahre wurde eine Anhebung um 2 Euro vereinbart. Oppositionspolitiker, der Deutsche Gewerkschaftsbund und der Sozialverband VdK kritisieren die Erhöhung als unzureichend. Damit könnten die gestiegenen Verbraucherpreise nicht ausgeglichen werden. Rentner Ralf Axel Simon muss derzeit mit 446 Euro Grundsicherung pro Monat auskommen, auf jeden Cent achten. Die geplanten 3 Euro mehr pro Monat ab kommendem Jahr freuen ihn nicht. Es ist ja deutlich schlechter geworden, das Leben. Weil alles teurer wird und nichts billiger. Also wie sollen da 3 Euro Aushalt reichen? 3 Euro mehr für Hartz-IV-Empfänge hat heute das Kabinett. Der Regelsatz für Alleinstehende steigt damit auf 449 Euro. Eine Erhöhung unter einem Prozent. Zu wenig, kritisieren Gewerkschaften. Wir reden von den ärmsten Familien im Land. Die haben durch die Pandemie maximal Not erfahren. Und jetzt kommt eine Erhöhung, die gar keine ist. Und da sagen wir als CGB, das darf so nicht passieren. Die müssen tatsächlich real mehr Geld in der Kasse haben. 3 Euro mehr reichten auch nicht, um die höheren Lebensmittel- und Energiepreise aufzufangen, kritisieren Sozialverbände. Die Inflation, derzeit knapp 4%, sei nicht berücksichtigt. Als Berechnungsgrundlage diente die 2. Jahreshälfte 2020. Damals waren die Preise noch niedriger, wegen der gesenkten Mehrwertsteuer. Man habe nicht anders rechnen können, heißt es aus dem Sozialministerium. Wir haben eine gesetzliche Grundlage. Da gibt es keinen Entscheidungsspielraum für das BMS, über die Höhe der jährlichen Fortschreibung zu entscheiden. Es habe dafür Einmalzahlungen in der Pandemie gegeben. Der Sozialverband VdK fordert aber, Die nächste Bundesregierung muss sich dringend an die Neuberechnung der Hartz-IV-Regelsätze machen. Viele Themen wie z.B. digitale Teilhabe, die gestiegenen Mieten und viele andere Themen mehr sind in den Hartz-IV-Regelsätzen überhaupt nicht richtig abgebildet. Aber die höheren Preise werden erst 2023 in die Hartz-IV-Sätze eingerechnet. Vielen Dank.